Jetzt geht's weiter! Ja, ja. Ja, okay. Das wird jetzt aufregend und spannend. Also, wir haben schwimmende Zombies. Zombies. Das heißt, wir nehmen hier das da. Wir nehmen Tangela mit. Eine Leinenblume. Der macht alles aus Eis. Das sieht aus wie ProSieben, ey. Okay, warum nicht? Ich, ja, nein, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht Eisschaden? Dann das Sauerkraut. Genau. Ähm, 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 ähm. Raus bist du. Und noch was. Hä? Wer ist denn damit, hä? Hä? Okay, so. I got this. Und ich hab mir diese Schnorchel zum Beispiel geschauft. Und da ist eine Haase im Grasel. Grasel. Genau, jetzt geht's mal Luftschirm. Natürlich ganz schön. Haptisch, haptisch. Haptisch. To mich willkommen. Ähm, ich bin dumm. Ich bin sehr dumm. Aua, laut, laut, das war, hallo, Endgame-Werbung, Musik, ah, ist das Video, okay, ich war schon gerade verwirrt, Hilfe, äh, das hatten wir noch, das und das, das hatten wir noch und das, Ayo, let's go, ready, let's go, da ist die Hake, die Hake, das war ja mal ein professioneller Start hier, nein, ich wollte die Sonne mal drücken, ich wollte, ich wollte das sagen, wäre nicht, meins, ich komme langsam angetackelt, weil ich ein Zombie bin, boff, mine, ich bin eine Mine, äh, nein, so, ich brauche immer noch Sonnenlicht, okay, lese, mir Sonnenlicht-Power hier, I got the power, oh yeah, meins, 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 alles, alles, meins, 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 Das Tag hat weh. Ins Gesicht geschissen. Kartoffelbrei. Kartoffelbrei. Mach mal so hin. Mir geht auch so. Ins Gesicht geklatscht. Ins Gesicht geklatscht. Dankeschön fürs Geld. Ich bräuchte mal hier. Dankeschön. Hier war es Sinn. Ja, so kriegst nicht mal das Sinn zum Toten. Wird mich verarschen. Verdammt. Ach, scheiße. Hör dir das, bevor es einherlegt. Ach, nee. Das war es nicht. Das war schon so. Oh, also, I got this here. Ach du Scheiße, das war sehr viel zu viel anstrengend für mich. Ach, ja, das war... Ach, strell... Ich... 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 Buff, 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 buff. Ins Gesicht geklatscht. Alles gehört mir. Das ist ein Fleischer-Bohle-Torik. Ach, leck mich. Licht oder auch nicht. Das ist mir auch recht. Ja, ich hab ja Zeit. Ich hab Geld. So, das alles nehm' ich mal an mich. Da, ich hab's nicht immer fest in den Boden. Mecker, 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 mecker. Ach, Gott. Nur, haben wir gern hier alles. Schau den Machin, schau den Machin. Los, Zombie. Halt, Moment. Das brauch ich. Höh, höh, höh. Brains. So. Das mach ich so lang, bis jemand sagt, Halt, Maul. Halt, einfach, dein, Maul. So lang mach ich's. Bin nicht mal geschwollen, wie lang das dauert. Ich meine, heutzutage ist der YouTube sooo nett. Und sooo lieb. Und da ist auch gar nix gelogen. Und weg. Äh, das knabbert da an meinem Nüsschen. Das ist ja nicht so wunderschön. Das knabbert an meinem Nüsschen. Da ist der fein Schwenker. Und ich hab kein Geld. Halt, ohne Scheiße. So einfach hier. Ach, es geht schon. So sonst bist du wahnsinnig. Hier. Äh. Wenn ich gerade nur so lieben kann. Das passt nicht. Okay. Okay, man kann keine Nuss auf den Nuss pflanzen, um die zu reparieren. Schade. Hm. Es ist eine normale Lösung, mein Gott. Kattoschen Keks. Äh. Sterben Sie bitte hier nochmal. Man kann es auch so lösen. Das ist schon mal nicht schlecht zu wissen. Ich mach nur zwei rein. Okay, zwei reichen. Wir halten vollkommen aus. Hallo. Hörst du auf, ich dachte, wen man... Nee, ich hab ein Siege. Äh, ich bräuchte mal... Da noch was und das war's dann. Okay. Das heißt, ich muss wieder sparen, sparen, sparen. So wie früher. Früher war alles besser. Für die ganze Zeit habe ich noch keine Zorn mit Apokalypse, ne? Äh. 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 Dich. Äh. Dich schon drauf, fertig. Das können wir vielleicht mal in eine neue Lust sein, nochmal. Das sieht so schön aus. Äh. Stütte sterben Sie noch, Dankeschön, die sterben. Ja, wir haben Eichhaden. Yay. Was soll ich da hinpflanzen? Genau, noch mehr so ein Eisbischotter, genau. Oh. Da ist ein kleiner Mann, der hat einen Eimer in der Hand. Da ist ein kleiner Mann, der hat einen Eimer in der Hand. Das lang so wunderschön und lieblich ist, weil der weiß er nicht mehr. Ich habe nichts besser, ich habe kein nichts besser, um ihn gleich anzuschreien, fing gleich anzuschreien. Der tut ihn nicht mal nügend. Und dann. Stacheln. L Price mal ein bisschen mit hier. Ins Gesicht piksen, ihr Tisch. Er hat einen Eimer in der Hand. Mensch. Au. Au. Dbourru. Du. Das war so vorgesehen. Okay. Chillt eure Beißes bitte hier. ins gesicht machen ja alle das könnte funktionieren könnte muss nicht so ja jetzt noch mehr viel noch mehr versammeln wuhu ich will sogar auf mehr verteidigen pflanzen wow eine riesige welt hobbys nähert sich na heut die kuchen mitbringen wenn die kuchen mitbringen freue ich mich sonnenlicht ja ich bin zu stolz auf dich ich bin zu stolz auf dich ich glaube dass es mit diesen vier dinge ich weiß jetzt natürlich da ist natürlich ein bisschen so die haben ja auch zeit ich meine hier es war langsamt wenn man dennoch ja ich bin noch krank man mecke mich nicht an wir machen noch zu wenig der marge der marge der marge der marge der marge der marge nicht weiß wie total doof ist weil sie total doof ist Gальное und funktioniert hier überhaupt was ja da klappt es schon was Da geht's auch. Meins. Meins. Was? Ich hab keine Ahnung, was gemacht hat, aber das sieht einfach furchtbar aus. Mach es weg. Wer ist da mit dem Verarschen, du reichst, ich finde viel. Wow. Okay, ich hab's kapiert. Du hast Probleme, okay. Ja, ich hab's kapiert, okay. Lass mich in Ruhe. Ihr brauchen mehr Sonnen. Das klang auch gerade so richtig wunderschön. Was? Hey. Wir sind die Bobfahrer. Wir fahren mit dem Bob. Moment. Wir haben keinen Job, also fahren mit dem Bob. Habt ihr... Hä? 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 Hier ist es. Nein, 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 nein. Okay. Töne, töne das Beforseier. Bitte. Danke. Mach das kaputt. Mach das hin. Engel, aber das Hauptverhältnis ist weg. Und das war noch nicht mal die letzte Mille. Ach, du willst mich, willst du mich eigentlich äh, sag ich mal nicht, okay. Jetzt werden wir sterben. Hilfe! Zufall, ich bin überhaupt gefahren. Nein, mir geht's kerngesund. Ich bin... Mach, dass sie alle sterben. Please. Bitte spiel. Einfach nur sterben, mehr müssen sie sich tun. Hier, durch, weg. Das ist alles meins. Ach, geschafft. Ja, es geschafft. Uh, wir bekamen Lagerfeuer. Wo? Oh, okay, ich mach mich. Das die Holzerbsen nicht durchfliegen werden zu Feuerbällen. Okay, und damit verabschiede ich mich mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.